Hunger und Darben, die Russen nur wegen einem Auto? Westliche Medien und gut unterrichtete Bewohner von Territorien westlicher Demokratien werden nicht müde, die armen, hungerten und darbenden Russen zu bedauern, die das schreckliche Schicksal einer Zwangsexistenz in der Russischen Föderation ertragen müssen. Ertragen müssen diese Leitgeplagten aber auch die rasante Zunahme von Fahrzeugen auf Russlands Straßen. Im Januar 2019 waren in Russland durch die Verkehrspolizei insgesamt 51,8 Millionen Verkehrsmittel der verschiedensten Art registriert. Darüber informiert Afterstat. 43,5 Millionen Fahrzeuge davon waren Pkw, weitere 4,1 Millionen Fahrzeuge waren Kleintransporter und 3,8 Millionen Fahrzeuge waren Lastkraftwagen. 0,4 Millionen Fahrzeuge befinden sich in der Kategorie Autobus. Im Jahre 2007 waren in Russland 28 Millionen Pkw registriert. Dann begann die Weltfinanzkrise. Russland durchlebte innenpolitische Auseinandersetzungen im Rahmen der Präsidentenwahlen. Die Ukraine-Krise mit den westlichen Sanktionen folgte ab 2014. Und bereits im Jahre 2017 vergrößerte sich die Anzahl der registrierten Pkw auf 42 Millionen Stück. Ein Jahr später, im Jahre 2018, leisteten sich die hungernden und darbenden Russen bereits weitere 1,5 Millionen Fahrzeuge, sodass die Gesamtzahl der registrierten Pkw auf 43,5 Millionen Stück anwuchs. Auch der Verkauf von Neuwagen zeigt seit Jahren wieder eine zunehmende Tendenz und hat im abgelaufenen Jahr 2018 mit 1,8 Millionen Fahrzeugen fast das Niveau des Jahres 2010, wo 1,9 Millionen Fahrzeuge verkauft wurden, wieder erreicht. Bis zum Verkaufsspitzenniveau des Jahres 2012, wo 2,9 Millionen neue Pkw verkauft worden sind, ist es aber noch ein weiter Weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017